Moin Leute, was geht, was geht? Wie geht's euch? Moin Farmer, Moin Maximilian. Thomas, Moin. Heute findet das Offline Event vom Signal Idona E-Football Cup statt. 16 Teilnehmer nehmen hier heute teil, ich glaube 15 sind da. Alle haben sich qualifiziert über die Online Qualifier auf unserer Plattform. Ausrufezeichen Bracket, dort findet ihr alle Teilnehmer. So, also Freunde, wir haben hier vier Stationen vor Ort. Es gibt vier Matchups. Das heißt, acht Leute spielen gleichzeitig. Es gibt vier Gruppen, jeweils mit vier Leuten. Und pro Gruppe gibt es jeweils ein Matchup, das gespielt wird. Das heißt, FC Namrät spielt zuerst gegen Tadeus. In Gruppe 2 spielt Vice Superi gegen Tusk. In Gruppe 3 gibt es das Matchup Gaming2Fam gegen Umut. Und Gruppe 4 ist Matchup Gaming2Fam gegen Echo. Echo RB. Mein Alter, musst du wissen, wo... Wer ist denn gleich nach King, wo soll ich wissen, wie alt du bist? 1-0. Für wen? Sabascht? Jammer. Was laberst du? Es steht 0-1. 0-1 für Nawet. Nawet führt? Das ist hart. Muss man auch nicht machen, sag ich so. Kacke Antwort, Bikos. Ja. Eure denken sich, er hat schon einen Totti, warum sollen wir noch Totti geben? Ich weiß nicht genau. Oh, Tor. 4-0. Leer einfach mit vier Toren, halt. Das will ich ihm auch in echt auch mal gönnen. Schönes Viererpack. Also, wir haben uns jetzt gerade nochmal alles angeguckt. Erster spielt gegen Zweiten. Also, X-Power Rangers spielt gegen Tuspo. Tadeus spielt gegen Zuppery. Gruppe 3. Umut als Erster mit neun Punkten spielt gegen Echo aus der letzten Gruppe. Und Samu spielt gegen den ersten McSchmitty aus der vierten Gruppe. Ja. So sieht's aus. Um 15 Uhr geht's dann weiter mit der K.O.-Phase. Da kommt auch Ovo Moyela. Da könnt ihr gerne abchecken. Später 15 Uhr kommen wir nochmal live. Und ja. Moin, Max. Moin, Selina. Moin, Rolls Royce. Moin, Fairless. Oh, er schickt ihn durch. Hoch. Oh, warte mal kurz. Oh, Gittens. Ne, Modest? Oh, Modest. Mein Fehler. Sehr stark. Oh. Hält Kurbel gut. Passt. Oh je. Und jetzt schnell nach vorne. Jetzt am besten. Oh, ok. Krass. Modest. Was? Ist der nicht Modest? Was? Was? Ja. Und jetzt schnell nach vorne. Alter. Wie schnell war denn? Wow. Das tut natürlich weh. Das ist es. Das ist es. Ja, das ist es. Also hier könnt ihr sehen. Erstes Spiel. Also hin und rückspiel. Eko gewonnen. Also Power Rangers ist damit raus. Bei Soperi hat gewonnen. Gegen Samu. Umut gewonnen. Sehr krass auf jeden Fall. Tuspo raus. Und Mac Schmiddy gegen Tadeus. Läuft noch. Hier. Ich hab' vergessen zu sagen. Boah. Sorge Leute. Ähm. Letzten zwei Minuten waren halt ein bisschen Zeitspiel. Ja. Du siehst. Also. Ja hier geht's halt gleich weiter ne. Dann würde ich sagen hol' ich mir einfach ganz kurz einen Tee Leute. Und dann ähm. Ja ich hol' mir ganz kurz einen Tee Leute. Hier. Könnt ihr sehen ist leer. Muss ich mir was holen. Das sind jetzt die letzten Spieler Chat. Es geht um zwei VIP Tickets. Müsst ihr wissen ne? Zwei VIP Tickets. Eko gegen bei Soperi. Und dann im zweiten Spiel. Unmut gegen Tadeus. Wird auch auf jeden Fall sehr sehr wild. Oh warte mal kurz. Ah ne hier geht's einfach nur weiter. Ich dachte schon ein Tor gefallen direkt. Okay. Kann jetzt eigentlich wieder ne gute Flanke geben. Wird aber nicht gespielt. Oh. Bellingham. Auf Alea. Alea mit nem guten McGeady. Spin. So. Wie viel steht's hier? Auch immer 0-0. Ist das ein ruhiges Spiel. Spiel der hier hinten. Zum Torwart. Macht er gut. Lässt er sich Zeit. Okay. 3-1. Fängt das an. Warte mal kurz. Hier ist ein... Oh ich dachte hier wäre ein Tor gefallen. Eko mit dem Win. Und ich glaube Tadeus mit dem Win. Mach mal Interview hier. Komm mal rum. Es geht. Du bist der Coach von Tadeus, ne? Ja. Wie bist du ins Rückspiel reingegangen? War gut. Also es ist richtig ekelhaft geworden noch am Ende. Also ja... Man muss sagen wir haben ihn... Weil Dennis hat ja auf jeden Fall in dem Spiel dominiert. Und dann Rückspiel so ein bisschen... War auf ein Tor gegen... Ein Tor, ne? Ja. Ein Tor Rückspiel. Und dann Elfmeter. Mhm. Wichtigste Frage. Gibt Tadeus bei einem Sieg Kabenberger für alle aus? Ja. Gibst du da auch was aus als Coach? Muss. Finale um zwei VIP-Tickets. Finale. Tadeus gegen Bayes Superi, ne? Ich glaube beide im 4-4-2. Oder im 4-3-2. Oh mein Gott! Oh mein Gott! GG's, er kann das Spiel beenden. Ach du Scheiße. Krankes Tor Superi führt hier mit 1-0. Jetzt Anschluss-Bug. 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 1-1. GG's, ey. Erste Spiel 1-1. 1-1 ist das dreckig ins Rückspiel jetzt. Yes! Boah, was der Klang. Es geht hier um VIP-Tickets einfach, ne? 2-0! Oh mein Gott! 1-1. Und spoilern die, ja? 1-1. Und spoilern die, ja? 1-1. Und spoilern die, ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spoilern! Reicht langsam. Oder? Was machst du jetzt? Einfach nervös. Echt Meta! Und dann nicht spoilern! Du sagst schnell! Yes! Oh ja, ey! Ich hab doch gesagt, nach links! Ich hab doch gesagt, nach links! Ich hab doch gesagt, nach links! Ja, aber du hast gemeint, das ist richtig! Ja, zur Liga! Nein! Das war's! Thaddeus holt sich! Den Cup rühren! Daumen ran hier! Dennis, eine Minute! Herzlichen Glückwunsch mal! Danke dir! Ich sag dir so, du hast nur gewonnen wegen dem Coach, ne? Ich hab sogar seinen Controller bekommen! Nur deshalb! Keine, keine Frage! Wie fandst du das Turnier? Ja, war super geil, ne? Also, ich mein, ich war jetzt wirklich schon auf mehreren Offline-Turnier. Aber hier wollte er sich mit dem Setup wenigstens mal Mühe gegeben, Junge. Man konnte sich ja vernünftig hinsetzen mit deinem Monitor. Turnierverlauf auch super alles? Ja, ja! Wir waren ja immer über der Zeit, ne? Schon fast zu viel Zeit immer eingegangen. Ja, war schon echt super! Dann hier auch noch im Stadion, ne? Das geht nicht! Ich bin zwei VIP-Karten, wen nimmst du jetzt mit? Nee, wahrscheinlich nicht! Ich muss Alex mitnehmen! Nimmst du dein Countryman? Boah, ich würde den dreckig nehmen! Vielleicht eine Dame oder so, ne? Weiß ja nicht! Aber, herzlichen Glückwunsch, Mann! Ja, danke, Mann! Hast du beim Qualifier auch eine PS? Ja, ja! Hast du auch noch? Ja, ja! Mach schon Tobi jetzt einfach, ne? Wir haben ja auch damit! Wir haben ja gegen J7 dann auch im Finale gewonnen! Ja! Nee! Nee! Das hat sie nicht gekommen! Ich glaube auch wegen dir! Schmeckt! Schmeckt! Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall! Okay, Freunde! Das war's hier mit dem Stream! Hat mega Bock gemacht! GG's, Mann! Ja! Du hast die letzten Worte hier bekommen! Ja! Vielen Dank für die Orga, ne? War supergeil! Der Stream hatte ich zwischendurch gesehen, hatte auch durchgehend viele Viewer! Kam gut an! Von daher haut rein, Jungs! Haut rein, Freunde! Wir sehen uns!